Bald ist es wieder soweit, Bikini-Zeit. Aber so blass wie ich bin, möchte ich eigentlich keinen Bikini tragen. Also was tun, in die Sonne legen geht nicht, Solarium schädigt die Haut. Deswegen habe ich die Lösung für dich, Bräunungsmus. Ruckzuck, schnell und einfach zu Sommerbräune. Was du beachten solltest, ganz einfach. Zuerst gründlich die Beine und den Rest des Körpers rasieren, dann ein Körperpeeling und so entfernst du auch alle abgestorbenen Hautschüppchen und das garantiert dir wieder schöne streifenfreie Bräune. Hautpflege nicht vergessen, deswegen gut eincremen und einziehen lassen. Das Ganze machst du schon am besten einen Tag vorher, damit die Haut sich entspannen kann und keine Irritationen hat. Achte bei der Creme darauf, dass keine öligen Inhaltsstoffe drinnen sind, weil die können die Aufnahme von Bräunungsmus verhindern. Dann einfach das Bräunungsmus auf den Handschuh auftragen und du siehst schon, direkt verteilen, schön einmassieren und das überall, wo du auch schön braun sein möchtest. Und dann heißt es eigentlich nur noch warten und zwar bis am nächsten Morgen und du wirst sehen, du hast wunderschöne Bräune. Man braucht nicht viel, einem Rasierer, ein Körperpeeling, eine Körperbutter und das Bräunungsmus und schon hast du schöne Sommerbräune und das über Nacht. Und jetzt geht es auch rein in den Bikini, schön vorgebräunt, ein bisschen frischer und los geht's.